Ah, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit... Oh, was hilft das denn auf dem Bauch? Guck mal, verrückt, ne? Macht ihn alle, los, box ihn zu Boden! Leute, wir spielen hier eine neue Challenge. Unsere heutige Aufgabe ist es... H-h-h-halt, hat noch nicht angefangen, ne? Meine Damen, bitte hören Sie damit auf. Also, im Villager-Dorf ist ein Schatz versteckt. Wer ihn zuerst findet, hat die Challenge gewonnen. Oha. Gegenseitiges... Also, wir machen eine Schatzsuche heute. Gegenseitiges Behindern und Töten ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Möge der Beste gewinnen! Wollen wir anfangen? Ja. Okay, Alan, die Torni hier. 3, 2, 1 und looten! Ich glaube, da steht einfach nur H. Okay, meins. Ciao. Wo ist das Villager-Dorf? Ah. Wo ist... Da ist das Villager-Dorf. Da ist das Villager-Dorf. Okay, ich werde zuerst looten. Ich werde zuerst... Warte, wir dürfen... Wir dürfen... Hä? Dürfen wir den Loot-Dorf benutzen? Natürlich dürfen wir den Loot benutzen. Das ist meiner. Okay, schnell schwimmen. Oh, Tops ist direkt hinter mir. Oh, nein. Hier raus. Okay, wo kriege ich was her? Hier ist ein Zombiefleisch, aber das brauche ich nicht. Okay, ich gehe durchs Fenster. Nein, ich kann nicht durchs Fenster gehen. Wo sind hier Kisten? Wir brauchen Kisten, Leute. Irgendwo müssen Kisten sein. Oh, nein. Ist hier was? Was ist das? Hier ist eine Schmiede. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine... Ja, hier ist eine Kiste. Kann man mit Teppich mittlerweile fliegen? Also... Mit Teppich kannst du nicht fliegen, Tops. Ja, Tops, kannst du. Ja, doch. Oh, nein. Flo, Flo. Oh, Gott. Nein, Flo ist da. Hilfe. Okay, die Kaktusenten zur Ablenkung. Ich gehe zurück. Okay. Nimm mein verrottetes Fleisch. Wusstest du, dass du eine Sense jetzt tatsächlich was bringt hier? Was bringt denn eine Sense? Dass du schneller abwohnen kannst. Holballen. Ach, wirklich? Das ist cool. Also nicht wirklich sinnvoll, aber cool. Ich hole mir jetzt Holz. Und dann mache ich mir was. War mal, hast du schon ein Schwert gehabt, Flo? Ja, das war zwei in der Kiste. Hä, als ob. Gib mal eins ab. Nö. Erstmal brauchen wir eigentlich eine Schaufel. Nimm es mir doch ab. Warte mal. Ja, kein Problem. Ich habe nämlich jetzt auch ein Schwert. Ich habe jetzt ein Eisenschwert. Und du so? Und ich mache mir jetzt eine Axt, weil die Stärke ist in meiner Kraft. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Oh nein, eine Axt ist voll schlau. Oh, ich hätte mir auch eine machen sollen. Ich habe es nicht geschafft in der Zeit. Okay, warte. Dann Holz noch mitnehmen. Ihr habt zum Glück kein Holz im Dorf. Ihr habt irgendwie einen kleinen Nachteil, dass ihr da vorne rumhängt. Tja, ich habe jetzt dafür ganz viel Essen bei mir. Nein, hast du die ganzen Heuballen genommen? Tobias. Nein, Tops, das kannst du nicht machen. Du musst mir was übrig lassen. Ja. Warte. Behindern und töten ist erlaubt. Behindern und töten, der andere Spieler ist erlaubt. Ja. Okay. Okay. Warte. Warte, was? Wie ist ein Team? Was? Nein, das war Spaß. Alter, Tops. Ah. Nein, oh yeah. Hau auf. Hauen sie ab. Meine Heuballen. Klingelingeling. Ey, hoff dir noch Lass zu machen. Du erschreckst die Villager. Ja, Tops, die kriegen auch Panikerscheinung. Ey. Nein. Sagen sie mal ab. Tops wurde von Easy Cheese erschlank. Und nein, die Arme will. Die kriegen Panikattacken. Das ist nicht gut. So, warte. Dann muss man ein bisschen klingeln. Oh, ich habe schon Brote. Das heißt, ich kann schon was essen. Hä, was muss ich nicht mehr bochen? Ich bin... Wir müssen den Schatz finden, Flo. Ach so? Mein Gott, ey. Hörst du eigentlich zu so 64? Hör ja hier. 21 Brote. Das reicht ja wohl locker. Easy, würde ich sagen. Okay. Du triffst mich niemals. Also redest du von dir selber? Nein! Getannt habe ich dich. Getannt. Nein! Nein. Revanch. Okay, okay. Ist hier noch irgendwas? Hier sind Betten. Aua, ein Kaktus. Sagen sie mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hilfe. Nein, Tops. Für die Horde. Ich brauche eine Schaufel. Jetzt hört mal auf hier mit dem ganzen Kleideradatsch. Ja, ich brauche eine Schaufel. Wir müssen... Ist das hier noch eine Mien? Ne, ne, ist es nicht. Hier ist nichts, oder? Okay. Hier ist noch eine Kiste. Oh ja. Ja, Tops, komm her. Hier ist eine Kiste gewesen. Diamanten! Was? Was? Oh mein Gott, die kann ich gar nicht alle tragen. So viele sind das. Oh, was mache ich mit denen? Die sind doch nur veräppelt. Ja, okay. Das war ein bisschen too much, glaube ich. Ja, ja. Tops wurde von Karlsruhe verschlagen. Tops hat dann nicht mal Waffen, das ist nicht fair. Ähm, vielleicht ist der Schatz in dem Tor da oben. Das Lesley ist auch nicht fair. Da könnte der Schatz sein. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Tops wurde von Eisgolam erschlagen. Was greifst du auch den Golem an? Mein Gott, ey. Okay, warte, ich geh mal nach oben. Tops wurde wieder weg, das ist meiner. Der gehört mir. Oh, was ein Buch. Oh, aber da ist gar nichts drauf. Und ganz viele Schrauben. Was macht ihr da? Ich will den Eisen-Golam. Ich will den Eisen-Golam. Mann, der arme Golem, lass ihn am Leben. Ja, aber ich brauche Eisen, ne? Okay. Tops, du kriegst doch kein Eisen. Nein, ich dachte, ich schaff das. Nein, Schenk, wie konntest du das zulassen? Ich brauche jetzt Eisen. Ja. Wir brauchen eine Eisenschaufel, Leute. Wir müssen Eisen. Nein, gibt's ja. Okay, hier ist... Mann, ich habe noch nicht mal... Tops, du kannst nicht PvP spielen. Ja, ich habe kein Equipment. Du hast eine Rüstung. Ja, das stimmt, Flo. Flo hat eine Rüstung. Das ist irgendwie nicht fair. Das stimmt, Schops. Schops. So, ich mache mir eine Spitz. Zack, ich hole mir jetzt erst mal Stein. Und dann mache ich mir Full Iron und dann seid ihr beide dran. Full Diacrafte ich mir gleich mit den Diamanen. Hä, wo hast du denn Steers? Ich rufe die... Warum sind da toten Büsche in der Truhe drinnen? Ja, die habe ich auch gefunden, die toten Büsche. Cool, oder? Ich bring das nur gar nicht mehr. Ich weiß nicht, man kann das Dicks aus denen machen, oder? Hast du in den Bett geschlafen? Hä, nein. Was? Warte, wird es schon Nacht? Ist es schon dunkel? Hallo? Ja, Tops, mach die ganze Zeit die Dings. Ich will die ganze Zeit Dinge sagen. Was macht Tops? Äh, ich glaube, es wird zu langsam nachts, oder? Ich glaube nämlich auch, es wird bald nachts. Aber wir müssen den Schatz finden unbedingt noch. Oh nein, hier unten ist es, glaube ich, nichts. Jetzt muss ich wieder hochschwimmen. Aber es müsste doch eigentlich ganz gut gehen hier. Komm schon. Oh nein. Hallo, Flo. Tops. Oh nein. Hallo, Flo? Hallo? Was ist jetzt schon wieder erschlagen? Gott, Chaos noch wurde von Tops erschlagen. Warte, ich kann mir eine Hose machen. Oh, ich werde unbesiegbar sein. Unbesiegbar und eine Schaufel. Unbesiegbar, das ist ein Reittier aus W.O.W. Was? Was? Ja, unbesiegbar. So heißt es ein Reittier aus W.O.W. Ich weiß nicht, wovon du redest, Tops. Aber ich will es doch gar nicht wissen. Nein. Nehm mir, glaube ich, das mit. Ich habe Tops. Ich habe Lava immer platziert für Tops. Du hast dir was mir in Lava ertrinken lassen? Oh nein. Wobei, in Lava ertrinkt man nicht, man verbrennt. Ja. Wenn du in Lava ertrinken kannst... Du bist in der Eisnachst, bringt dir gar nichts. Kann man in Lava ertrinken, wenn man einen Feuerschutz krank hat? Und die macht gesperrt Damage. Wisst ihr das? Ja, ich glaube schon. Tops, du musst erschlagen. Und Flo hat einfach ein Schild. So, warte mal. Es wird doch dunkel jetzt, ne? Ich grabbe jetzt nach dem Schatz. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Warum steht da eigentlich so ein Pflanzenpott? Meint ihr, der Schatz ist hier? Du bist... Wieso steht denn hier so ein Pott? Guckt mal, Leute. Ich weiß nicht, das ist mir auch schon aufgefallen. Hä, vielleicht ist der Schatz hier? Da würde ich mal graben an eurer Stelle. Nein, stimmt, wir müssen ja einen Schatz finden. Wir müssen eigentlich was machen. Wir müssen eigentlich einen Schatz finden. Ja, wir müssen den Schatz... Ihr müsst mal graben. Habt ihr immer noch keine Schaufel? Nö. Ich hab ne Axt. Was macht ihr denn? Ja, ich hab auch ne Axt. Eine Axt ist besser als ne Schaufel. Die macht mehr Damage. Greif sie mit der Axt hier runter. Ich hab wirklich mit der Axt. Ey, ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Hier könnte es überall sein halt. Gibt es hier irgendwas Logisches, wo es sein könnte? Im Brunnen. Vielleicht im Garten hier. Sir, darf ich einmal bitte passieren? Dankeschön. Oder hier im Haus? Ich hab's. Nee, hab ich nicht. Hast du's? Tops, du hast wieder die Lava reingegangen? Hast du's hier? Ja. Komm her, komm. Ich grad mal hier nähe. Nee, hier ist doch nicht. Tops, fiel beim Versuch zu entkommen in Lava. Als ob das so genau ist, die Beschreibung. Tops, Tops hat mein Lava immer zugebaunt. Und da hab ich ein Zweifel passiert. Geh doch mal raus da, du Kuh. Hau doch mal ab da. Ich will hier zubauen. Dankeschön. Tschüss. Dass ich dich geboxt hab. Ja, wo könnte es jetzt sein? Ich glaub, ich guck mal von oben irgendwo. Kann man hier? Hier vielleicht nicht laufen? Oh, ich hab noch einen Wald. Wunderbar. Das war nur, wenn ich Lava. So, okay. Alles klar. Gucken wir uns mal um, Leute. Wo würde ich hier einen Schatz verstecken, wenn ich ein Schatz wäre? Wo würde ich mich verstecken? Hä, wo würdest du einen Schatz verstecken, wenn du einen Schatz wirst? Ich hab dich gar nicht gesehen, die ganze Folge. Ich will mal Tops. Ah. Oh nein, Tops, mach mich kalt. Oh nein. Oh, Hilfe. Tops ist brutal drauf. Ja. Tops, Leute, von Kars. Oh, schluss. Ach, Leute. Ich glaub, ich brauch gleich wieder was zu essen hier. Ich ess gleich alle meine Brote auf. Ich hab noch Bröte. Oh nein. Flo. Hauen sie ab. Tops, hilf mir. Alter, wie viele Lava-Eimer hast du, Flo? Also ich sag mal, die Schmieden sind mehr. Erwischt, würde ich sagen. Erwischt. Ey, wieso machst du die Lava weg? Die hätten wir noch gebrauchen können. Ja. Ja, gut, du läufst die ganze Zeit rein, ne? Ja, nee. Essen Kühe, Körner? Hier, bitteschön. Aua! Die hat nicht geboxt, die Kuh. Oh, nee, das war Flo. Nein, das war Flo. Die Kuh hat mich geboxt. Warte mal, vielleicht essen die Weizen die Kühe? Hier ist eine Falltür. Warte mal. Warte mal. Leute. Geh weg, geh weg. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja. Geschafft. Nein. Nein. Geh weg. Töte mich nicht. Nein. Ich hatte Angst, du klaust mir meinen Schatztops. Und Flo wartet auch schon. Nein, ich schnapp mir meinen Schatz und verschwinde. Ladies and Gentlemen, das war's dann mit unserer heutigen Folge hier von Minecraft. Auf der Schatzsuche. Wir haben das Ganze natürlich gewonnen. Hä, wer hat auch was anderes erwartet? Ey, ihr bekriegt euch halt echt nur gegenseitig, ne? Ja, ich hab gewonnen. Das war's. Wir sehen uns morgen in 50 Uhr in einem neuen Video. Geht auch gerne auch bei Flo und Tops und Julian. Wir sehen uns. Bis dann. Euch allen noch einen wundervollen Tag und hasta la pasta.